Das Handy lässt sich kinderleicht mit dem Cupra Leon verbinden. Einfach Bluetooth am Handy aktivieren und das Cupra-Infotainment-System suchen. Den Anweisungen auf Display und Handy folgen und bestätigen. Jetzt kann das automatisch angelegte Benutzerprofil konfiguriert werden. Kontaktdaten und Einstellungen sind hinterlegt. Nun können zum Beispiel Schnellwahltasten konfiguriert oder Favoriten angelegt werden. Favoriten und Schnellwahl lassen sich natürlich auch über die Sprachsteuerung starten. Ebenso erleichtert die Sprachsteuerung intuitiv alle weiteren Telefonfunktionen. Rufannahme und Rufbeendigung, Lautstärke des Klingeltons und des Gespräches lassen sich so steuern. Kabellos funktioniert auch das Laden im Cupra Leon, sofern das eigene Mobiltelefon über induktives Laden verfügt. Neben dem kabellosen Laden verfügt die Connectivity Box im Cupra Leon auch über einen Signalverstärker. Die Strahlung im Fahrzeug wird reduziert und der Empfang verbessert. Eine weitere Lademöglichkeit bieten bis zu vier USB-C Anschlüsse mit höherer Ladeleistung. Du willst mehr Informationen zu deinem Cupra Leon? In den weiteren Videos dieser Serie helfen wir dir, den Cupra noch besser kennenzulernen.